Willkommen in der Praxis für Naturheilkunde von Delia Karos. Ob Homöopathie, Entgiftungsverfahren, Osteopathie oder Kinesiologie, wir reaktivieren Ihre Selbstheilungskräfte und helfen der Seele, alte Konflikte zu lösen. Denn es ist uns wichtig, nicht nur die aktuellen Symptome zu lindern oder zu beheben, sondern die Ursache der Erkrankung herauszufinden. Unser kompetentes, fröhliches Team freut sich auf Sie. Untertitelung des ZDF, 2020